Ich kann diesen Laden gar nicht fassen, Bonn. Die haben ein Valet-Service einfach nur für Jacken. So etwas nennt sich Garderobe. Willkommen in der Northwestern Frauenklinik. Ich werde Ihnen auch gleich ein paar frische Biskotti servieren. Aber bis dahin setzen Sie sich erst einmal hin und machen Sie es sich bequem. Ich weiß ja, worauf ich hier am bequemsten sitzen würde. Diane! Oh, haben Sie recht, herzlichen Dank. Was denn? Das Prachtstück sieht genauso aus wie Rock Johnson. Der hat mir sehr gut gefallen in dem neuen Jumanji-Film. Jumanji? Nein, ich spreche hier von dem richtigen Rock Johnson, dem Pornodarsteller. Wahnsinn, diese Decken sind ja schwer. Wer zur Hölle will denn schon... Sie wurden zu Ihrem Komfort beschwert. Ich bin wach, ich bin wach. Oh, Sie müssen Diane sein. Es ist ja so schön, Sie kennenzulernen. Und Bonnie, wie geht es Ihnen denn so nach dem gestrigen Tag? Mir geht's gut, danke. Ich will nicht darüber reden. Okay, nun, hier ist eine Tasse von wohltuendem Jasmintee. Und die Sitze sind beheizt, also sagen Sie Bescheid, bevor Sie gegrillt werden. Also, ich habe deine Unterlagen online ausgefüllt. Hier sind die Fragen, die du stellen sollst, wenn... Wenn du mir nicht sofort sagst, was mit dir los ist, kriegst du eine Ladung wohltuendem Aladin-Tee ab. Das ist Jasmintee. Also gut, die Wahrheit ist...